Bist du mein Schmoosie? Wo willst du denn hin? Eine Gemütlichmachung? Gemütlichmachung? Ein forearm. Quiff, 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 quiff! Ach erfolgreich. Alles wie reuchtlichmachung? Agnassep. Med med. Zeus, Heuch When Zeus, for neBox Quack 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 Hier und hier und hier und hier und hier Oh! Dann mal hinten rum und wieder da und wieder da Quack 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 qu Einmal weg und wieder da. Spatzkis sind am putzen. 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 Oh, guck ein Kali-Kant. Tschüss Kali. Oh, ich bin. Ich bin, ich bin. Was ist der Kali dann schon wieder? Kali dann schon wieder da. Oh, oh. Jetzt kommt auch noch das Mundi-Ding. Na, das Mundi-Ding? Wo weißt du denn jetzt hier noch hin? Du bist ja auch noch hier jetzt so dazwischen. Wie gut, wie gut, dass ich genug Platz habe. Ja, Gott sei Dank. Frechie. Du bist Frechie. Die Pixie-Pastiche gleich in die Nase. Pixie sagt, jetzt ist Pixie-Zeit. Hat sie sich dazwischen gedriggelt, ja? Ach so, ich muss schnell wieder hinsetzen. Jetzt fällt sie gleich wieder um, also gleich. Kurz davor. Ich habe immer noch Hunger. Ich möchte jetzt was essen gehen. Wenn ich nicht jetzt euch essen soll, dann müsst ihr mich jetzt aufstehen lassen. Ja, gui, 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 gui. Ja, bitte danke. Wie viele Runden hast du denn jetzt? Wie viele Runden hast du schon? Ist es denn nicht gezählt? Nee? Oh. Guck mal, Kalle hat da einen Vorschlag. Kalle möchte roten Ball spielen. Der möchte roten Ball spielen. Und Frechie möchte was essen. Achtung, Kalle. Ups. Kalle weg, Muni weg. Kalle wieder da. Oh, ich bin vogelfrei. Juchu. Darf ich jetzt was essen gehen? Wie nett von euch.